Hallo, David Zaffa hier. Ich hoffe, Ihnen geht es gut, denn ich möchte Ihnen heute etwas schenken, und zwar meinen Fanpage Creator Starterkurs. In diesem Starterkurs lernen Sie die Vorteile und Funktionen einer Fanpage. Ich zeige Ihnen, was Sie alles mit einer Fanpage machen können. Ich lüfte alle Geheimnisse über den Gefällt mir-Button, den Sie oben sehen. Dann zeige ich Ihnen natürlich gute und schlechte Beispiele von Fanpage und ich zeige Ihnen, wie Sie eine Fanpage und den FBML-Reiter erstellen. Wie bekommen Sie den Kurs? Ganz einfach. Sie klicken zuerst oben auf Gefällt mir, danach sehen Sie unten das Anmeldeformular und Sie fordern den Starterkurs kostenlos an. Die Teilnahmebedingung ist ganz einfach. Sie bekommen den Starterkurs nur, wenn Sie Fan sind, denn dieser Kurs ist nur exklusiv für Fans, denen auch dieser Kurs und auch diese Seite gefallen. Und nur wenn Sie auf Gefällt mir klicken und Fan werden, bekommen Sie das Anmeldeformular zu sehen. Und dort können Sie sich eintragen und dann bekommen Sie noch heute Ihren Starterkurs. Ich freue mich darauf. Erst oben Gefällt mir, dann unten Anmeldeformular. Bis gleich. Wir sehen uns.